Salam alaikum und alaikum salam meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Wakayashi und zusammen machen wir heute einen Black Desert Online BDO Guide. In diesem Guide, okay Leute, ihr könnt aufhören, ihr könnt aufhören, chillt bitte, chillt, bitte chillt. Samina mina ee ee, waka waka ee ee, samina mina sankaleva, dis time for Wakayashi. In diesem Guide geht es wieder um Spartan, ihr wisst bereits, dass ich einen Guide gemacht hatte, aber der war so anfänglicher Natur, bis zu einer Stelle, wo man 80 Millionen netto die Stunde gewinnen konnte und zwar Caravelle mit plus 10 Green Gear. Auch wenn ich in dem Guide gesagt hatte, dass ich selber nicht weitergehen werde und dementsprechend auch keinen fortgeschrittenen Guide bringen werde, habe ich durch glückliche Zufälle im Ingame durch den Stream Leute kennengelernt, die mich dazu auch gebracht haben und überredet haben und dazu geholfen haben, weiterzugehen. Weiter bedeutet in dem Fall T3 Schiff, Caravelle war T2, das ist jetzt T3, also Karacke nennt sich das Ganze. Und da wir jetzt durch jüngsten Patch auch so ein paar Changes hatten, dachte ich, das passt sehr gut hier rein, das einfach mal mitzunehmen. Meine Karacke ist auch vor zwei Wochen fertig geworden und deswegen möchte ich euch mal so einen Einblick verschaffen, was ihr machen müsst, wie ihr dazu kommt und am Ende wie viel Aufwand dahinter steckt. An der Stelle großes Dankeschön an die ganzen Supporter bezüglich dieser Karacke, meinem Weg, meinem Carry dahin und auch Informationen und mich hin und her schleppen und so. Großes Dankeschön an Senara, großes Dankeschön an Timotheus.de, an S.Bajix, sowieso an Predator aka Pre, an Lazy Viewer. Das sind allgemein so die ganzen Schwitzer, was Bartern angeht, was C-Content angeht. Wir haben uns hier heute versammelt an dem Okila-Auge und hier sehen wir auch schon ein paar Schiffe und so und jetzt sagt der eine oder andere, hey, warte mal, das sieht doch alles aus wie so ein kleines Popelschiff hier, wo sind da die großen fetten Schiffe, ne? Da habt ihr recht, Leute, habt ihr gut erkannt, das sind halt so eine Mischung aus Caravelle, Galis, Barthaliboot, Omega Troll und wie ihr vielleicht gesehen habt, da hinten rechts ist die Kriegsmarine, die Kriegsflotte, Leute. Das ist eine Schiffsgarage hier, ne? Das sieht halt sehr voluminös aus, mein Fitnessstudio hat auch bald offen, dann heißt es auch wieder, dass mein Bizeps voluminös ist, ne? Das erste Schiff ist hier, ist meins tatsächlich, ne? Das ist meins. Ich beweise es euch. Wenn das mein Schiff ist, kann ich darauf klicken, ne? Ihr seht, das ist mein Schiff, meine Flying Lamp, ne? Ihr seht, ich kann ins Steuer gehen, also mein Schiff, ja? Mein Account, mein Schiff. Hier, guckt, da ist mein Magier, Makayashi, ne? 63, heide. Nicht, dass Hater sagen, das ist nicht mein Schiff. So, und wichtig ist, Hater verbieten diesen Trick. Dann haben wir hier, das ist Timotheos.de, ne? Den ich eben erwähnt habe. Der hat hier eine Vailor. Das ist dann der Mario, Blue Predator, der Troll, da oben. Ne, der hat auch eine Advanced, so wie ich. Hier haben wir nochmal zwei Vailors. Das ist der Lazy Viewer, das ist der Marcel. Das ist der Snowball, grüß dich, moin. Und hier hinten haben wir noch einen Wannabe-Karake, ne? 83% Karake ist da, ne? Der belügt sich selber, ne? Also das ist halt noch lange keine Karake, Brody. Und der hier ist sowieso Omega Lost. Hier in Okila-Ei angeln, ne? Viel Spaß, Captain Arp. So, okay. Soviel dazu. Und jetzt, Frage in den Chat. Was glaubt ihr, ist mit der Karake so silbertechnisch die Stunde wert? 140 Mio, der andere wieder 140. 660 Millionen am Tag. Letztendlich, Leute, könnt ihr genauso viel bartern, wie auch mit der Karavelle oder mit der Galis. Nur, es geht halt deutlich schneller. Denn eine Karake, ne? Sieht nicht nur heftig voluminös aus, wie ihr da hinten sehen könnt. Sondern sie bedeutet mehr Traglast, mehr Geschwindigkeit. Allgemein, alles geht einfach viel schneller. Von dann, also man kann halt schnell das abarbeiten täglich. Und dann wieder einem anderen Content nachgehen. Zum Beispiel Gatheren, Grinden, Roleplayen, was auch immer. Streams schauen währenddessen. Twitch.tv slash Wakayashi. Wir sind auch währenddessen hier, während wir den Guide aufnehmen. Und Stream. Ihr seht hier unten rechts die Chatbox. Da sind die Zuschauer hier. Salam Aleikum, Leute. Grüßt euch. Moin und Küsschen aufs Nüsschen. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Ich fange einfach mal direkt an. Und wenn ihr Fragen habt, kommt ihr in meinen Stream. Schreibt es runter in die Kommentare. Liken nicht vergessen. Abonnieren sowieso nicht vergessen. Es ist kostenlos, Leute. Support ist kein Mord. Und Glocke aktivieren, ganz wichtig. Gut, jüngste Änderung, Leute. Wenn wir jetzt mal hier auf die Map gehen. Und dann hier unten auf die Barter Search gehen. Ich habe es auf Englisch gestellt. Also bitte nicht wundern. Dass sich so ein bisschen das Bartering geändert hat, ja. Hier seht ihr meine 9000 Barter Exchanges. Ein bisschen Flex muss da sein. Und zwar seht ihr, hier ist keine 4 mehr. Also vorher hatte man 4 mal Refresh. Und jetzt hat man nicht mehr 4 mal. Sondern man hat jetzt Punkte. Und zwar, wenn du ein Vorteilspaket hast, 150 Punkte. Wenn du kein Vorteilspaket hast, nur 100 Punkte. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Vorteilspakete nutzt. Man kann jetzt hier Refreshen. Also auch so wie vorher. Nur kostet es jetzt nicht eine Anzahl, sondern eine Punktanzahl. Wenn ihr das erste Mal heute Refresht. Hier oben, das ist ganz normal. Das hier ganz oben ist wie auch vorher der ganz normale Refresh. Kostet es 20 Punkte. Beim zweiten Mal Refreshen am Tag kostet es 40. Und beim dritten Mal kostet es 50. Dann habt ihr in der Rechnung 20 plus 40 plus 50 sind 110. Und immer 4 Stunden Cooldown dazwischen. Also hat sich daran nichts geändert. Und es bleibt alles so, wie es hier ist. Ob du hier bist oder nicht. Stopp. Sonst trägt ihr gleich einen auf den Schnauzer. Und könnt dann halt nicht noch ein weiteres Mal Refreshen. Also scheint es auf den ersten Blick vielleicht wie ein kleiner Nerf zu sein. Aber man sollte das nicht so schnell beurteilen. Möchtest du aber Instant Refreshen, kostet es immer 30 Points mehr. Dementsprechend siehst du auch hier 50. Das ist der Instant Refresh. Also 20 plus 30 steht auch da. Ist 50. Jetzt gibt es aber auch etwas Neues. Vorher hatte man immer so zwischendurch bei diesen ganzen normalen Bata Refreshes Materialien für die Karacke. Für das Blue Gear, der Karavelle. Was du ja auch dann wiederum brauchst für die Karacke. Aber es war wirklich nur sporadisch. Und echt wenig. Und du musstest halt auf gewisse Brackets kommen. Damit halt auch diese guten, diese wichtigen Materialien angezeigt werden. Das alles haben sie jetzt ein bisschen vereinfacht. Dieser Patch, den wir jetzt haben, hat das Ganze so ein bisschen casual gemacht. Und das seht ihr hier dran. Das ist dieses Ship Material Refresh. Warentausch für Schiff Materialien. Kann man hier tätigen. Kostet allgemein mehr Points. Das heißt, beim ersten Mal kostet es 40. 50 fürs Zweite. So gesehen, Leute, kann man hierüber dann die ganzen Materialien einholen. Aber dann gibt es auch nur Materialien. Also sorgt dafür, wenn ihr das hier nutzen möchtet, dass ihr ein richtig fett ausgebautes Lager habt. Damit ihr auch wirklich da die Trades mitnehmen könnt. Denn es wird keine normalen Trades geben. Sowas wie T2 zu T3. T2 zu T3. T0 zu T1. T4 zu T5. Das wird es alles nicht geben. Es ist wirklich Trade Item gegen Schiff Material. Das heißt, ihr solltet dafür sorgen, ein schön ausgeprägtes Lager zu haben. Mit vielen Materialien. Dass ihr auch nicht irgendwie out of Items gehen könnt. Aber jetzt kurz überlegen. Also kann man hier folgendermaßen immer vorgehen. Man kann entweder täglich dreimal den hier nutzen. Ohne die Instant Refreshes. Allgemein, wenn ihr Zeit habt, würde ich auch immer die Cooldowns einfach ablaufen lassen. Und dann nochmal neu refreshen. Das heißt, ihr könnt hier dreimal machen. 20 plus 40 plus 50 sind 110. Plus einmal Schiff Material Refresh sind 40. Und dann hast du genau 150. So hast du genau die 150 effektiv aufgebraucht. Du kannst aber auch zum Beispiel anders vorgehen. Und zwar 40 fürs Erste, 50 fürs Zweite. Das bedeutet, du könntest aber auch alternativ 40 einmal traden, refreshen. Und dann nochmal 50. Wenn du halt auf diese Chip Materialien geierst. Dann bist du bei 90. Dann kannst du halt normal zweimal den normalen Trade Item mitnehmen. Also 20 sind 40 plus 50 sind 90. Plus 20 sind 110. Und dann ein weiteres Mal sind 40. Also wäre das auch effektiv. Also insgesamt mit einem Vorteilspaket kannst du viermal refreshen täglich. Also genau wie vorher auch. Nur dass du jetzt halt weniger davon hast. Und mehr davon. Hast du noch keine Karacke. Und du möchtest eine Karacke. Oder du wolltest keine Karacke. Aber jetzt ziehst du es auf jeden Fall in Erwägung. Weil es jetzt casualer gemacht worden ist. Hast du eine Karacke und du schwitzt gerade auf die zweite Karacke. Weil du willst irgendwie eine PvE und eine PvP Karacke haben. Dann auch geil. Weil du hast dann sowieso ein fettes Lager. Und dann kannst du halt das hier schön ausbauen. Und hier die ganzen Items mitnehmen und so weiter und so fort. Aber man muss halt nochmal dazu sagen. Die Items hierüber kosten mehr Parlay. Also mehr Überzeugungskraft. Diese die man hier oben hatte. Nach wie vor gelten alle ganz normalen Materialien. Die man hierüber bekommen kann. Auch wie vorher. Das heißt da hat sich nicht wirklich was geändert. Das heißt du hast auch hier ab Bracket 5110. Nach wie vor deine Prächtigen. Und wenn du das hier nutzt. Kannst du halt auch diese Prächtigen schon vorher mal bekommen. Je mehr Barter Trades du hast. Desto häufiger kommen die auch dann. Also das ist halt wie der Bracket abhängig ein bisschen. Aber die können auch schon vorher kommen. Das ist das Schöne. Die anderen Button sind halt für Instant Refresh. Oder für den Cooldown Reduzierung. Falls du noch Parlay übrig hast. Also da hat sich nichts dran geändert. Guckt auf jeden Fall den anderen Guide an. Den ersten Guide. Wenn ihr das irgendwie noch nicht so ganz verstanden habt. Also bleibt alles wie beim alten. Nur es sind halt jetzt Punkte. Okay. Lange Rede über Overview. Der Patch dazu fand am 27. Mai 2020 statt. Hier. Da könnt ihr den auch mal abchecken. Wird auch unten ein Link in der Beschreibung abgebildet sein. Falls ihr es mal genauer lesen wollt. So. Wie ihr vielleicht noch aus dem ersten Guide euch erinnern könnt. Und haben wir hier so unsere Upgrades. Ihr befindet euch. Wenn ihr den ersten Guide komplett durchgeguckt habt. Auf dieser Stufe hier. Das T2 Schiff. Entweder Caravelle. Was aus einem Segelboot entspringt. Oder einen Galis. Was aus der Fregatte entstanden ist. Darüber könnt ihr euch jetzt entscheiden. Für ein T3 Schiff. Und zwar. Ausgehend von der Caravelle gibt es zwei verschiedene. Und ausgehend von der Galis gibt es zwei verschiedene. Auf Englisch heißen sie Advanced, Balanced und Volante und Vailor. Geht ihr Full PvE. Dann geht ihr auf jeden Fall auf die Advanced. Geht ihr Full PvP. Und wollt euren Gegner einfach auf der See zerstören. Nehmt ihr die Vailor. Alles was dazwischen ist. Ist Roleplay. Alles was dazwischen ist. Also Balanced und Volante. Das ist halt nichts Ganzes. Nichts Halbes. Das ist halt so irgendwie. Man kann sich nicht entscheiden. Das ist aber so. Aber ja. Aber nein. Aber ja. Aber nein. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall. Wenn ihr so Casual seid wie ich. Was das angeht. Dann die Advanced. Ich hatte ja auch meinen Guide über die Caravelle gemacht. Weil ich halt nun mal den Casual Weg eingeschlagen habe. Den PvE Weg. Was ist so der Unterschied allgemein zwischen den Ganzen? Hier hat man nochmal so eine Sheet Übersicht. Über das maximale Leben. Über die Ausdauer. Über die Traglast. Über Speed. Axel. Turn. Break. Inventar Slots. Für die Bata Items. Die Kanonen. Die Kabinen. Ihr seht halt hier so eine kleine Übersicht. Also die Advanced hat halt mit Abstand am meisten Traglast. Deswegen auch Full PvE. Ist dafür aber auch die Langsamste. Aber Digga. Ganz ehrlich. Ihr wisst wie ich Bartere. Ich sag Bartan. Dann schwimmt er halt zwei Minuten zur nächsten Insel. Und ich komm aber erst so nach zehn Minuten dazu. Ihm zu sagen. Bitte jetzt zum nächsten Bartan. Da bringt mir halt auch 120% Speed nicht. Also. Und die Vailor. Wieso ist Vailor die PvP-Characke? Das liegt daran. Dass die Cannon Reloads hier am kürzesten sind. 12 Sekunden ist das Kleinste. Das heißt da kannst du halt schön oft schießen. Und deinen Gegner komplett vernichten. Später. Wenn du dann auch Gear hast. Das Plus 10 Blue Gear. So als Beispiel mal. Ich glaub keiner von uns wird jemals Plus 10 Blue Gear Full komplett haben. Aber nichtsdestotrotz. Gucken wir uns mal hier die Liste an. Da seht ihr halt. Das geht runter auf 9 Sekunden sogar. Und bei der Advanced ist es halt 13 Sekunden. Aber die Traglast halt 24,5.000. Digga. Deutsche wollen diesen Trick verbieten. Dann müsst ihr auch noch mal überlegen. Man kann auch noch Overstacken. Also noch mehr 70, 75% Overstacken. Digga. Tchü bruder. Tchü. Digga. Du kannst, du kannst einen ganzen Refresh in einer Tour mitnehmen. Kappa. Fast. Aber almost. Ne? Also das geht halt super schnell damit. Und Balance und Volante. Guckt euch die Stats an. Diese Links werde ich auch alle unten in den Beschreibungen reinhauen. Macht euch selber ein Bild darüber bei alles was. Also jeder, der nicht auf Advanced oder auf Valor geht, der ist einfach schlichtweg ein Roleplayer. No Front an die Zuschauer, die das gemacht haben, ne? Kuss geht trotzdem raus. Kommen wir zu den Vorbereitungen. Was solltet ihr allgemein tun, um damit auch irgendwie anzufangen? Ihr braucht unbedingt einen Charakter, der wirklich nur hier auf dieser Insel O'Kila pimmelt. Ihr wisst genau, wo diese Insel ist. Die habe ich schon gezeigt. Hier Lehmann, hier Velia. Ein Charakter, der nur hier steht und nur Daily Quests macht. Und vielleicht Kahn. Schaut, dass er halt vielleicht unter 50 ist, damit er nicht PK'd werden kann. Ihr braucht dann noch einen Charakter. Am besten mit einem zweiten Schiff. Am besten mit einer zweiten Karabell. Oder vielleicht, wenn ihr sagt, hey, ihr schwitzt gerade mit einer Karabell zum Bartern. Macht euch noch eine Galiste und habt ihr so ein bisschen Auswahl so. Könnt ihr ein bisschen auch überlegen, ob ihr vielleicht sogar später zwei Charakter machen wollt. Oder ansonsten halt einfach nur ein Segelboot. Hauptsache so viel Traglast, wie nur geht, aber soll nicht teuer sein. Letztendlich könnt ihr auch ein Bartali-Boot nehmen. Hat nur 2000 Traglast. Das heißt, ihr könnt nur zwei Items mitnehmen. Und stellt hier im Ankado-Innenhafen ebenfalls einen Charakter mit einem Schiff ab, was so ein paar Matts mitnehmen kann. Macht schön das Lager auch voll mit T5-Materialien. Denn hier wird es später um die Hakowentour gehen. Aber dazu später mehr. Und die letzte Vorbereitung, die ich euch da jetzt noch sagen kann, ist, überlegt euch das einfach mit ein paar Freunden zu machen. Gerade für die Kampf-Dailies, also wo ihr Seemonster töten müsst, ist deutlich entspannter, wenn man sich da abwechseln kann. Oder wenn man da zusammen raufschießt oder was auch immer. Also im Stream war das super angenehm. Die Carries sind hier hingekommen. Cenara, Espadix, Timotheus haben gesagt, Dailies, 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 Dailies. Ich mach Dailies, du machst Dailies. Okay, das ist super cringe. Was mach ich hier? Haben wir dann halt so mal die Dailies gemacht. Und dann die Zuschauer, wie die Geier, so, Ah, das Geier, komm, was? Dailies, Dailies! Ich will auch Dailies! Wartet auf mich! Dailies. Zuallererst schauen wir uns hier einmal eine Liste an. Ich hab diese Liste irgendwann vor, keine Ahnung, drei Monaten erstellt oder so. Oder zwei Monaten. Da war ich irgendwie dabei, meine Karacke zu bauen. Und um einfach eine Übersicht darüber zu bekommen, hab ich hier einfach mal so ein paar Daten aufgeschrieben. Hier oben seht ihr die Überschrift. Es geht hier um die Vorstoß, also um die Karacke Advanced. Such dir eine Liste für die anderen Schiffe. Kommt gerne mal in den Stream rein. Ich denk mal, dadurch werden auch 80% der Zuschauer angesprochen. Ich glaub, es wird die Minderheit sein, die auf ein PvP-Schiff gehen. Also hier so eine Übersicht, was man alles braucht und was man schon hat, damit man halt so ein bisschen tracken kann. Letztendlich besteht eine Karacke aus einer Karavelle mit plus 10 Blue Gear. Das Blue Gear baut ihr, indem ihr das vorherige plus 10 Green Gear dafür aufopfert beim Bauen. Aber hier seht ihr nochmal so eine Übersicht über die einzelnen Items. Und das hier ist halt einfach nur so eine Massenliste, was du halt brauchst. Hier eine kleine Prozentzahl, das dir sagt, wie weit du schon bist. Ihr habt vorhin die 83% von dem Troll gesehen, der neben der Karacke stand, ne? Und sich als das Karacke ausgegeben hat. Hier habt ihr dann einfach ein Lager und einen Charakter, ne? Ein Charakter, der auf Okila steht und immer diese ganzen Dailies macht. Und ihr werdet ja auch sicherlich durch anderen Charakter irgendwie weitere Mats bekommen. Durch Bartan, auf den zweiten Charakter. Das schiebt ihr dann immer ins Lager. Am besten immer nach Eferia Port schicken. Eferia Port ganz links auf der Map. Da werdet ihr auch am Ende die Items bauen. Hier, Eferia Port, ne? Port Eferia. Und dann könnt ihr halt hier die Items reinschreiben. Die Anzahl der Items, die ihr hier habt. Da sind so ein paar Symbole und der Name. Und hier das, was im Lager ist. Und dann ist hier noch die Differenzvermerk. Ist jetzt nicht wirklich schick formatiert, aber Leute, Roleplay. Wer das hier noch irgendwie formatieren möchte, könnt ihr machen. Das seht ihr auch ebenfalls in der Beschreibung. Da könnt ihr auf Datei gehen und hier eine Kopie erstellen. Macht das bitte. Weil wenn ihr einfach hier auf Freigeben oder so klickt, dann kommen bei mir 85.000 E-Mails auf meine E-Mail-Adresse. Und dann tragt ihr halt ein. Dann sagt ihr zum Beispiel hier, und ich habe mal einen Garnknolle. Davon habe ich jetzt 50 im Lager. 55. Und auf dem Charakter steht nochmal 20. Und dann seht ihr hier, das geht halt hoch. Irgendwann habt ihr hier, keine Ahnung, davon jetzt sagen wir mal, seid ihr fertig. 100. So, dann ist hier 100 plus 20 natürlich maximal nur 90. Weil ihr braucht nur 90. Der Überschuss wird halt einfach unter den Tisch fallen gelassen. Das markiert sich grün. Und dann habt ihr so eine Übersicht. 4,04%. Passt. Okay? Die Mats, die ihr hier seht, bekommt ihr jetzt auf verschiedene Art und Weise. Lange Zeit, die Methode, wie ich die Dinger besorgt habe, ist durch die Dailies und durch ab und zu durch zufällige Barter-Trades. Wie gesagt, jetzt gibt es durch den jüngsten Patch auch die Möglichkeit, wirklich gezielt auf die Schiffmaterialien zu gehen durch Bartern. Aber kommen wir erstmal zu den Quests. Allgemein empfehle ich hier weiterhin, wenn ihr es nicht eilig habt und wenn ihr auch vor allem Geld sparen wollt, macht ihr es weiterhin über die Dailies, über die Quests und betrachtet die neue Methode nur so als Zusatz. Wenn ihr irgendwie dreimal am Tag diese normalen Barter-Trades fertig habt, könnt ihr zum Schluss noch einmal diese Schiffmaterialien-Barter refreshen und könnt mal gucken, ob da irgendwas schnell in der Nähe ist, was ihr braucht oder ob ihr irgendwie merkt, okay, das ist selten, das sollte ich lieber mitnehmen. Die kosten halt sehr viel Parlay. Die Items, die ihr dafür eintauscht, ich meine, okay, die sind jetzt nicht viel wert, aber das benötigt ein ausgebautes Lager. Und eigentlich würdet ihr mit diesem ausgebauten Lager, wenn ihr dann später eine Karaka habt, noch schneller die ganzen Items hin- und hertauschen. Also müsst ihr mal selber ein bisschen abwägen, wie wichtig das euch ist. Ansonsten über Dailies immer noch das günstigste. Aber Dailies können halt abfacken, weil es halt dadurch noch länger dauern wird. Wenn man halt wirklich nur die Dailies macht und ab und zu diese Barter-Trades mitnimmt, sind es halt mindestens zwei Monate, wenn du halt gut dabei bist. Ich selber habe drei Monate gebraucht für meine Karaka. Mit diesem Barter-System geht es halt deutlich schneller. So, die erste Quest, die wir machen werden heute, ist diese hier. Und zwar in Okila. Und ihr seht jetzt hier, ungefähr dort, ne, dort, wo es hoch geht, ist ein Otta. Otta Chorio. Der gibt euch zwei Quests. Und aktiviert bitte unten unter O alle Symbole, damit auch diese Quest angezeigt wird. So, und dann gehst du hier hin und sagst, okay, Quest, zwei Stück. So, bei der einen Quest möchte er von dir zehn Korallenstücke haben, Coral Pieces, und bei dem anderen möchte er eine Iridescent Coral Piece haben. Das hier kannst du aus dem Markt kaufen oder das kannst du einfach bei Well, droppst du es jedes Mal, wenn du eine Kiste aufmachst. Viel schlimmer ist eher das hier. Diese Iridescent schillernde Korallenstück heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Die findest du jetzt folgendermaßen. Und zwar habt ihr hier so eine kleine Übersicht. Da gibt es im Meer solche verschiedenen Korallen, vor allem die Fleckenkorallen und dann gibt es die Trompetentor-Korallen und dann noch die Fächerkorallen und da müsst ihr einfach hingehen mit einer Ho, also mit einer Hacke, gettern einfach. Ist scheißegal, welches Level ihr habt. Am besten Eagle rauspacken. Dann prockt er manchmal, dann habt ihr sogar schon zwei durch einen bekommen und dann einfach hier die Route abgeddern gehen. Nach diesem Guide, denke ich mal, wird das wahrscheinlich sehr schwierig sein, daran zu kommen. Also guckt mal halt, dass ihr irgendwie morgens rangeht oder ganz spät nachts oder so. Der Reset von diesen scheiß Pflanzen ist relativ lange. Fünf Stunden oder so oder zehn Stunden, vierzehn Stunden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da seht ihr hier so ein paar. Da könnt ihr die mal abgeddern gehen. Wir gehen mal zu dem ersten. So, da stehen wir davor und hier seht ihr und da ist die Map. Da sind diese zwei roten. Da passt ungefähr der Pi mal Daumen. Und dann seht ihr hier, geht ihr mit dem Wasser rein, drückt einmal Q und dann seht ihr hier einmal Fleckenkorall. Das ist der hier. Ist abgegeddert worden, sonst würde da stehen fett Fleckenkoralle und hier der ist auch abgegeddert. Also einfach, doch, der Spotlight Coral, der ist sogar frei. Den könnte ich jetzt hier gettern. So, und da seht ihr, mit der Hacke geht es. Ein paar Mal machen und dann habt ihr genug gesorgt. Hier, ich habe einen Zweier-Proc direkt bekommen. Also hier könnte ich jetzt zwei Tage diese, macht das einfach mal so ein paar Mal, dass ihr so irgendwie 20 Stück im Lager habt oder im Inventar oder 40 Stück oder so und dann einfach jeden Tag nur abgeben, an dem abgeben. So, also dort beim Otter nehmen wir zwei an. Hier kommen wir zur nächsten Quest und zwar gibt es hier erstmal nur eine. Das ist der Hafenmeister in Okila und der gibt euch eine Quest, bei dem ihr einfach nur fünfmal bartern müsst. Könnt dann hier die Items entscheiden, die ihr wollt. Bei dem Otter gibt es halt nur mal ein Item, deswegen nehmt ihr einfach das an. Hier geht ihr halt entweder auf die Perlen oder auf die Riftstücke. Das hängt von euch ab. Guckt einfach, dass ihr erstmal das voll macht oder irgendwie gleichermaßen beides pusht, weil ihr braucht beides. Habt ihr die Quest erledigt, die fünfmal Bartern Quest, schaltet sich hier oben auf dem Steg bei dem NPC hier weiter oben eine Quest frei und zwar bei dem hier, bei diesem Soldaten. Diese Quest sagt euch einfach nur nochmal zehnmal Bartern. Also nochmal zehnmal Bartern und ihr seid durch damit und auch hier könnt ihr euch zwischen zwei Items entscheiden, entweder zwischen dem Holz oder diesem blauen Artefakt. Macht es halt so, dass halt beides irgendwann mal gepusht wird. Seid kein To-Head. Wenn ihr von dem einen fertig seid, dann macht halt nicht weiter das eine, sondern holt dann das andere und seid noch 2025 nicht fertig. Geht es weiter zur nächsten Quest und zwar diese Quest, die wir hier finden, bei dem hier, bei diesem Soldaten. Der ist direkt neben dem Gildenmanager und der hier gibt euch erstmal drei Quests, ja. Nehmt ihr einfach alle drei an. Das eine ist super einfach und zwar müsst ihr hier nur zwei junge Seemonster töten. Wenn ihr diese Barter-Quest macht, werdet ihr sowieso irgendwie beim Tag hier hin und her segeln und gerade hier in dem Bereich, ne, wenn man da irgendwie rumbartert, sind halt immer zwei junge Seemonster, die kann man halt immer super mitnehmen. Ansonsten, wenn ihr das nicht hierüber macht, müsst ihr für die anderen beiden Quests, die ihr angenommen habt, einmal den driftenden Jäger töten und zwar nicht den hungrigen, sondern den richtigen und einmal den Hekaru, auch den richtigen und die beiden befinden sich nördlich von Okila, der eine rechts, der andere links, okay? Das heißt also, einmal hier hin segeln, den kaputt machen, unterwegs findet ihr auch dort junge Seemonster, die könnt ihr auch mitnehmen für die eine Quest und dann hier rüber segeln, Hekaru töten und dann auch abschließen. Könnt ihr wieder zurückkommen, Quest abgeben und hier bekommt ihr dann halt so ein paar Items. Wichtig ist, Leute, dass ihr alle drei Quests abgeschlossen haben müsst, damit dieser Hafenmeister euch jetzt nochmal eine neue Quest freischaltet. In dieser neuen Quest geht es dann darum, dass ihr jetzt die großen, fetten Seemonster töten müsst, ja? Der eine heißt Schwarzer Eisenzahn, der andere Candidum, der andere Nine Shark. Ihr könnt auch alternativ zu jeder Quest entweder oder, nicht beides zusammen, also entweder oder, zweimal das junge Tier davon töten. Das heißt, zweimal Eisenzahn, junge Eisenzahn, zweimal junges Candidum, zweimal junges Nine Shark, aber bitte macht niemals die jungen Seemonster, die sind einfach nur übel Time Waste, übel weit weg gestreut, also übel nervig. Hier solltet ihr drauf achten, für die Träne des Ozeans, die ihr hier unten findet, was auch meistens ein Bottleneck darstellt, also das wird halt so ein Item sein, was ihr recht, was recht ätzend reinkommen wird, was ihr jetzt über diese Ship Refreshes auch bekommen könnt. Also da könnt ihr halt drauf schwitzen, wenn ihr merkt, das wird einfach nichts und das braucht einfach übel lange, macht ruhig die Quest, aber wie gesagt, um die schwarze Eisenzahn-Quest zu machen, müsst ihr vorher die Seemonster hier im Norden von Okila töten, den und den und schwarze Eisenzahn ist halt richtig nervig, weil danach müsst ihr hier hingehen, zurück, abgeben, annehmen und dann müsst ihr nochmal ganz links hierhin segeln und hier den schwarzen Eisenzahn töten. Candidum und Nine Shark könnt ihr skippen, weil das wäre halt nochmal übel der Abfuck, weil da müsst ihr nochmal nach Norden hier oben hin segeln, hier und hier, das wäre halt übel nervig, das könnt ihr aber ruhig skippen, weil die Materialien, die ihr durch diese Quest bekommt, bekommt ihr jetzt neuerdings auch durch dieses neue Refreshen, durch diese Ship-Materialien, aber auch durch Khan. Khan ist ein Boss, den man durch die Gilde beschwören kann. Wenn ihr mal G drückt und dann hier und da rechts auf diese Brosse geht, da könnt ihr hier sehen, kann man hier solche festmachen und dann hat man irgendwann genug Rollen beschwören kann mit der Gilde und den kann man auch nicht selber töten, den kann man auch nicht mit ein paar Leuten töten, da braucht man schon ein paar Leute mehr. Das Einfachste dazu ist wirklich, schaut mal unten in der Beschreibung, da ist ein Link zu dem öffentlichen BDO Sailing Discord, also Segel Discord und dort gruppieren sich auch Gilden, die auch immer ankündigen, dass sie Khan beschwören werden an dem und dem und dem Tag um die und die und die Uhrzeit und da könnt ihr als Veteranen, als Mercs eintreten, wenn ihr Glück habt, wenn ihr einen Platz bekommt und den einfach mal mitnehmen. Ebenfalls zu machen mit dem Charakter, den ihr auf O'Chila abgestellt habt, der wird dann hier in der Mitte beschworen und ihr seid meistens im Pleb-Squad, der ist hier links auf diesem Stein und dort steht ihr dann einfach mit einer Kanone und schießt da rauf. Da gibt es so gewisse Mechanics, wie man mit der Kanone am besten, effektivsten, mit maximalen Damage raufschießt. Fünfmal links, linksmal links, einfach viermal legs, viermal links, X drücken, Q drücken, dann, äh, Digga, ist so ein bisschen, äh, fühlt sich so ein bisschen an, wie, ähm, wenn man irgendwie lernt, eine Frau mit, äh, den Fingern Seriously, what the fuck are you doing? Super kompliziert, Leute, super kompliziert, ich sag's euch, ne, versucht es erst gar nicht. Also einfach, Kanone hinnehmen, einrichten und alle mal in Deckung, linke Maustaste, schießen einmal, Digga. Und wenn du dann den Lebensbalken siehst von Khan, bist du im Loot-Table, du musst nicht mehr Damage machen oder so. Einmal raufschießen, ne, wenn du ein bisschen Glück hast, kriegst du sogar richtig fetten Loot, Khans Herz, ist halt sieben Milliarden wert oder so. Mal abgesehen davon, kriegst du die beiden Materialien, Items von Khan, die du verarbeiten kannst, da steht halt auch im Tooltip drauf, wie du dann Mondschuppen, Schichtholz und Mondaderflaggstoff bekommst. Die kriegst du aber auch wieder durch diesen neuen Shipmaterial Refresh ebenfalls, ne, aber durch Khan deutlich schneller, weil ich glaub, du musst insgesamt zwei, drei, vier, maximal fünf Khans machen und du bist fertig damit. In der Regel, wenn ihr da merkt, werden sie euch auch erklären, wie das genau abgeht. Manche sagen, du musst irgendwie, du bekommst Erlaubnis, dass du da aus dem Gildenlager hier aus dem Gildenladen was kaufen kannst, dann kannst du dann deine Kanone da hinstellen, die Kanone da rein tun und dann raufschießen. Manche Gilden handhaben das anders, die stellen einfach die Kanone bereit, du musst irgendwie nur sagen, hey, ich brauch ne Kanone oder so. Mit der eigenen Gilde Khan beschwören zu wollen, dazu gehört halt ein bisschen mehr, auch Daily Quests und so zu machen. Ja, diese Khan-Methode macht ihr aber nur, weil ihr nur Candidum und Nine Shark skippen wollt, weil Eisenzahn selber ist schon Abfuck des Grauens und dann noch die beiden dazu machen, ist einfach nur purer AIDS. Dann seid ihr eigentlich mit den ganzen Dailies fertig. Es gibt ein paar Items, die ihr nicht durch Dailies bekommt, durch Daily Quests oder so. Die bekommt ihr tatsächlich nur durch Spartan, sowohl hier rüber als auch hier rüber. Wie gesagt, hier hat sich nichts daran geändert. Da gibt es dieselben Items, so wie auch immer und hier gibt es halt nur Items, das heißt, da werdet ihr auf jeden Fall mehr finden und zwar solche Items wie großer Ozean-Dunkeleisen oder sowas wie Artefakt der Kiel-Hall-Piraten. Diese Items kriegt ihr halt wirklich nur durch Spartan, aber jetzt neuerdings noch vereinfachter durch diese Schiff-Materialien-Refreshes. Deswegen, da gibt es halt nur Materialien, also das wird halt kein Problem mehr sein. Des Weiteren, wenn ihr hier diese ganzen Dailies macht, Leute, seht ihr, dass ihr immer wieder solche komischen Okila-Coins bekommt, Okila-Münzen. Habt ihr 150 Münzen, könnt ihr auch einmalig immer, immer wenn ihr 150 habt, Leute, hier bei dem Typen, bei Old Moon Commander Herat Romsen, eine Quest annehmen. Er gibt euch immer zwei Quests und zwar könnt ihr einfach mal gucken, was er in der ersten Quest euch anbietet, was er euch in der zweiten Quest anbietet. Da sind einfach nochmal weitere, kannst du mal die Schnauze halten, der redet immer noch. Und zwar guckt ihr einfach mal, ihr könnt mit den 150 Okila-Coins immer nur eine der beiden Quests annehmen und diese Quest geben wir euch einfach nur mal for free Schiff-Materialien, die ihr für das Blue Gear braucht oder für die Karacke selber. Checkt einfach mal beide Quests ab und guckt mal, wegt mal ab so, was ist bei euch Bottleneck. Bottleneck bedeutet einfach, wo es ein Engpass, ne. Ich brauche mehr Tränen, ich brauche mehr Prächtige, was auch immer. So, dementsprechend könnt ihr da entscheiden, was ihr mitnehmen wollt. Seit kurzem gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, die ziemlich geil gemacht wurde und zwar könnt ihr beim Erkunden, wenn ihr, wie aus dem ersten Guide, aus dem ersten Barter-Guide, die Seefahrer in eurem Schiff habt, also mindestens ein, damit man erkunden kann, also das ist der linke Button von den vier Buttons beim Bartern, wenn ihr auf einer Insel zusteuert und euer Anker anlegt und da kriegt ihr ab und zu auch eine Quest. Vorher gab diese Quest einfach nur ein bisschen Beitragsep, also übel das Scam. Jetzt bekommt ihr dafür die gleichen Beitragsep, 50 Sea Coins, Crow Coins neuerdings und dann halt könnt ihr nochmal aussuchen, eins von diesen Items hier, die da unten aufgelistet sind. Also nochmal eine coole Methode, um einfach an diese Items ranzukommen. Dieses, diese Karacke, Leute, ist übel casual geworden. Wirklich. Der Aufwand hat sich, finde ich persönlich, stark minimiert. Das heißt also, immer schön alle 20 Minuten, wenn ihr könnt beim Bartern, erkunden, 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 damit ihr halt schön oft diese Quests bekommt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Materialien durch Special Barter zu bekommen, auch nice mitzunehmen. Eine weitere wichtige Information ist, diese prächtigen Steinsalzblöcke und diese prächtigen Perlensplitter bekommt ihr durch das normale Bartern hier oben, durch diesen Refresh, nur wenn ihr mindestens 5.110 Barter-Vorgänge habt. Vorher werdet ihr sie nicht bekommen. Es gibt auch keine Quest dazu. Ab und zu konnte man durch ein Special Barter welche bekommen. Man kann ansonsten auch jetzt große Seemonster töten und wenn man Glück hat, kriegt man ab und zu auch welche davon getroppt. Allerdings bekommt ihr diese Items jetzt halt auch schon viel früher durch diesen Refresh, sodass das Ganze nicht mehr so Bottleneck-mäßig ist, sondern dass es halt auch zügig davon geht. Macht einfach jeden Tag dreimal das, einmal das. Wenn ihr halt sehr schnell auf die Karakel schwitzen wollt, könnt ihr auch einfach das immer zweimal täglich mitnehmen und dann halt den Rest damit verbringen, um euer Lager wieder aufzustocken. Wenn ihr komplett hohl seid und wenn ihr komplett einfach nur einfach Brain Not Detected seid, dann gibt es inzwischen auf Insel Lema, hier direkt neben dem Hafenmeister, Bolhi, eine weitere Kreninsel-Händlerin, so ein MPC mit so einem Hütchen, die hat so allgemein so ihren Scro-Coin-Shop und da könnt ihr auch allgemein alle Materialien gegen Seacoins einkaufen. Aber die hat Preise, also das ist halt wirklich, das ist halt wirklich schlimmer als bei Aladdin Center. Und da gibt es auch keinen Falschen oder so, da könnt ihr auch nicht Falschen, die zieht euch einfach wirklich über den Tisch. Also jetzt rede ich halt die ganze Zeit von diesen Crow-Coins und ihr fragt euch sicherlich, okay Waka, welche Crow-Coins-Trades sind denn geil? Welche sind denn nice? Welche sind denn mhm? Welche schmecken denn? Crow-Coins sind erstmal diese Dinger hier. Seit Neuestem, wenn ihr den normalen Refresh nutzt, hier den normalen hier oben, könnt ihr ab und zu auf Inseln solche vier T4-Items gegen halt eine Anzahl zwischen 40 und 60 variiert das, glaube ich. Crow-Coins abholen sind halt immer pro Trade so ungefähr 200, wenn ihr alle komplett eintauscht. Die Dinger würde ich allgemein immer mitnehmen, immer, wann immer ihr daran vorbeifahrt. Part ihr daran vorbei, weil ihr sowieso da irgendwie in der Gegend bartern wollt, nehmt's mit. Weil, wieso nicht mitnehmen? Denn, die werden direkt von der Traglast runtergerechnet. Weil sobald ihr diese T4-Mats eingetauscht habt gegen die C-Coins, geht halt natürlich die Traglast in eurem Schiff auch runter und ihr könnt das wieder nutzen, um weiter zu bartern, um andere Items, T5-Items mitzunehmen. Also super nice, die Crow-Coins wiegen nichts. Die zweite Möglichkeit ist, die hier würde ich komplett alle skippen, die unterwegs zu Ancaro sind. Lohnt sich in meinen Augen nicht. Ihr müsst sowieso für die Karaka ein bisschen Zeit einplanen. Das wird also ein bisschen dauern. Nicht nur Tage, Wochen, Monate vielleicht sogar. Je nachdem, wie schnell ihr das macht. Und deswegen, macht es jetzt einfach auf meine Methode. Dann kommt ihr am Ende Pi mal Daumen mit genügend Wacker-Coins, Kappa, Crow-Coins raus, dass ihr danach auch weitermachen könnt. Weil diese Crow-Coins benötigt ihr vor allem für die Karaka, für das Gear später. Aber dazu kommen wir gleich. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, hier euren Ancaro-Charakter mit einem Schiff abstellen, mit ganz vielen T5-Materiellen. Am besten von jeder Sorte zwei Stück. Ihr müsst auch keine weiteren Plätze dazukaufen, wie Mario oder so. Nein, Spaß. Mario, ich hab dich lieb. Das reicht halt, wenn ihr von jeder Sorte zwei Stück habt und das einfach immer nachfüllt, wenn die weggehen. Und dann könnt ihr halt immer gucken, hier rechts oben bei Hakhoven, das ist die weit abgelegenste Insel, die hatte ich schon beim ersten Guide erwähnt. Hier habt ihr die maximalen Sea-Coins, Crow-Coins, Wacker-Coins, die ihr bekommen könnt. Das variiert zwischen 1, glaube ich, und 600. Und ich persönlich bin immer hingefahren, AFK, wenn ich 400 und aufwärts hatte. Immer mitgenommen. Und wenn ihr halt ein Schiff abstellt, was viel Traglast hat, könnt ihr auch mal prädikten und zum Beispiel sagen, okay, ich brauche jetzt das hier. Aber ich nehme auch nochmal zur Sicherheitshalber das, das und noch den damit. Und dann könnt ihr halt mit vier Items, zum Beispiel bei der Fregatte T1, vier Items reinlagern, da sind 4000 Traglast drin, mehr geht halt nicht. Und dann stellt ihr es da hin und guckt halt ab und zu mal rein. Wenn es passt, nehmt auch einfach DC-Coins mit. Five Hat. Ihr braucht ungefähr 50.000, also mindestens 40.000 Crow-Coins. 50.000. Und dann, wenn ihr das Gear für die Karacke später noch upgraden wollt, braucht ihr weitere Crow-Coins, um die Mats zu holen, um es abzugraden. Also geht mal schon mal so von Pi mal Daumen 50.000 Crow-Coins aus. Crow-Coins seht ihr im Inventar unter i. Ich habe jetzt hier 40.000 letztens ausgegeben und habe jetzt hier nur noch 1.673. Jetzt muss ich halt das Gear mal irgendwann upgraden, aber das hat Zeit. Jetzt tragt es immer schön in meine Liste ein, die ihr da kopiert habt, die auch in der Beschreibung steht, wo ihr die ganzen Mats so trackt und die Anzahl und so weiter. Jetzt seid ihr irgendwann so schon fast fertig und was passiert nun? Damit ihr die Karavelle oder die Galiz, ist ja egal letztendlich, ihr werdet sicherlich auch die Listen finden von Galiz zu Karacke, müsst ihr erstmal das Plus 10 Green Gear plus weitere Materialien eintauschen gegen das Blue Gear. Und in Eferiaport im Haus 1-4, wie auch damals zu diesem Sea-Monster-Hunting-Zeiten, gibt es hier die Schiffswerkstatt, die müsst ihr komplett ausbauen, also macht genug Beitragspunkte frei, dass ihr das auch bauen könnt und dann scrollt ihr hier runter und dann seht ihr hier das ganze Blue Gear für Karavelle und Galiz. Wir gucken uns jetzt hier mal nur die Karavelle an, da seht ihr, Eferiaparavelle, das ist Panzerung, Kanone, Segel, Bug, die 4 Dinge braucht ihr und ihr seht auch schon ungefähr, was ihr dafür braucht und da steht halt immer dabei, dass ihr einmal den grünen Bug braucht, die grünen Segel und die grüne Kanone und die grüne Panzerung, aber immer nur 1 dahinter. Natürlich meint er hier plus 10, die muss plus 10 sein, da wo mein erster Guide quasi aufhört, bei Karavelle, plus 10 Green Gear, könnt ihr hier weitermachen, könnt das dann hier die Materialien ins Lager im Eferiaport reinpacken und dann hier unter Manage Crafting oder Produktion und dann könnt ihr hier halt runter scrollen auf das Item, was ihr bauen könnt, draufklicken und dann hier Arbeiter da losschicken. So baut ihr alle 4 Items, die Reihenfolge dafür ist immer erst die Panzerung, dann die Kanone und dann egal welches von den beiden ihr baut. Jetzt stellt euch vor, jetzt habt ihr diese 4 blauen Items auf Base und jetzt wollt ihr sie plussen. Die müssen nämlich auch auf plus 10 und dann wieder 100 Haltbarkeit am Ende, ne, denkt dran und bitte mit Memfrax reparieren, nicht mit demselben Item, weil wenn ihr das mit demselben Item repariert, würde das bedeuten, ihr müsstet diese Kanonen nochmal bauen, diese blauen Items und dann seid ihr sowieso Omega lost. Dann kann ich euch nicht mehr helfen und der liebe Gott sowieso nicht mehr. Wenn ich einen erwische, wieder mit demselben Items, dem versorle ich den Hintern, ob Mann oder Frau, gerne Frau, Spaß, Kappa. Wenn ihr jetzt diese Items, die das Blue Gear upgraden wollt, dann braucht ihr Fale Stacks und diese Fale Stacks, die werden wehtun und diese Memfrax, die werden auch ein bisschen wehtun, die fressen ein bisschen und die Steine, mit denen ihr das upgradet, sind hier diese gelben und die blauen Steine. Die habt ihr schon aus dem ersten Guide gesehen. Bis plus 5 braucht ihr die gelben und dann nach plus 5 bis plus 10, also von 6 bis 10 braucht ihr die blauen. Immer ein für ein Versuch. Fale Stackliste hierfür werde ich ebenfalls mit runterballern. Ja, ich weiß, unten wird halt eine Schar von links sein, aber ich werde sie halt immer beschriften, sodass ihr irgendwie noch eine Übersicht behaltet und ich werde sie auch in chronologischer Reihenfolge da reinballern. Ja, dann seht ihr hier immer kurz erklären, hier das sind die ersten Stufen 1, 2, 3, 4, 5, dann 6, 7, 8, 9, 10, deswegen auch farblich markiert, wegen den Stein und dann geht es halt los. Der optimale Stack ist hier grün hinterlegt, grün markiert. Seht ihr das? Plus 2 nehmt ihr einfach plus 5 Fail Stacks. Da seht ihr es. 45% Chance und 37,5% Chance. Bei 3 und 4 nehmt ihr jeweils 10er Fail Stacks. Bei 5 und 6 nehmt ihr jeweils 20er Fail Stacks. Bei 7 und 8 nehmt ihr bei 7 30, bei 8 40 und bei 9 und 10 nehmt ihr einmal 51 und 61. Ich persönlich hab das so gemacht, ich bin bis 6 nach dem Sheet hier gegangen und ab plus 7 hab ich halt schon viel früher angefangen. Ich hab hier immer früher angefangen. Ich hab ehrlich gesagt sogar meine 50er Stacks damit aufgebaut und die 50er Stacks abgespeichert und dann für später für Ted Stacks auf Boss Gear weiterverarbeitet. Also die Chance ist halt super klein. Ihr seht hier 7,1% auf 61 Fail Stacks. Bei einem Fail beim Plussen geht das Item nicht zurück. Das heißt es gibt immer nur eine Richtung nach oben oder es bleibt gleich nach oben oder es bleibt gleich nach oben oder gleich. Ihr braucht Memfracks zum reparieren, da es Blue Gear ist, bekommt ihr aber immer zwei Haltbarkeit zurück, wenn ihr mit einem Memfrack repariert, deswegen ist das nicht so teuer und diese Steine, diese blauen und gelben, die kosten bei Insel Lema, bei diesem NPC, die kosten 10 und die kosten 20 Coins. Also ist nicht so teuer. Pi mal Daumen Rechnung, ich würde euch empfehlen 20 pro Item von den gelben zu nehmen und ungefähr 50 pro Item von den blauen. Das heißt dann 80 und 200 für alle vier Items. Sollte damit auskommen. Ich bin damit ausgekommen und hab hier noch ein paar übrig, wie ihr seht. Aber ist auch nicht so schlimm, wenn ihr davon welche überhabt, denn ihr braucht die auf jeden Fall für die Karacke, wenn ihr das Gear auch auf plus 10 machen wollt später. Deswegen kann man sich mit den Dingern gar nicht überkaufen, weil ihr braucht recht viele später, wie ihr noch sehen werdet. Habt ihr jetzt alles fertig gebaut, das blaue Gear auf plus 10, die anderen übrig gebliebenen Materialien, einfach alles ins Inventar, zum nächsten Hafenmeister gehen mit der Karavelle, die Seefahrer rausnehmen und dann auf Upgrade klicken. Geht ihr hier auf Warf oder auf Hafen, packt das Schiff rein und dann könnt ihr hier upgraden. Ich hab's natürlich nicht mehr, weil ich die Endstufe habe. Ich bin Super Saiyajin Gott und deswegen sieht man das hier bei mir nicht. Also könnt ihr es upgraden, da klickt ihr rauf und dann könnt ihr auswählen, ob ihr die Advanced oder die Balance machen wollt, ob ihr die Volante oder die Vailer machen wollt. Guckt bitte, ob ihr wirklich das Richtige habt. Ihr werdet sicherlich sowieso nur die Items haben für eins der beiden. Da könnt ihr ja nichts falsch machen. Und wenn ihr doch was falsch machen könnt, dann herzlichen Glückwunsch, Digga. Du bist der Vollidiot von 2020. Komm gerne auch nochmal in meinen Stream und lass dich beglückwünschen. So, jetzt habt ihr hier die Karacke. Die Karacke ist da, aber das Gear ist nicht da. Ihr könnt hier im Schiff sehen, ich habe die vier grünen Items, die jeweils 10.000 Crow Coins kosten. Das Ganze kriegst du wieder unten bei Insel Lema, neben dem Hafenmeister mit dem Hut. Da kostet, wenn du runterscrollst, das Item 1 davon 10.000 Crow Coins. Also brauchst du 40.000 alleine nur für Base. Auch hier fokussierst du wieder erst Panzerung, dann die Kanone, weil die beiden geben Traglast und danach holst du dir eins von den beiden, ist scheißegal. Das gibt nur noch Speed. Allein in dem Zustand, Leute, wenn ihr hier seid, so wie ich, habt ihr 18.500 Traglast. Karavelle mit plus 10 Green Gear hatte 11.500, wenn ihr euch noch an den Stand meines ersten Guides erinnert am Ende. Das sind also einfach 7.000 Traglast mehr und wenn ihr overstackt, das sind dann nochmal 70% oben drauf. Also das ist einfach nur krank. Also ich glaube, das sind hier so 31.000 Traglast, die ich hier mittragen kann, mitnehmen kann. Und ich overstack persönlich sehr gerne, weil ich halt immer so sehr rumslacke beim Bartern. Ich mache mal so, zwei Minuten später bin ich halt nicht da, sondern zehn Minuten später scheißegal. Okay, jetzt nur noch das letzte Thema. Wie kriege ich das Gear auf plus 10 und welches davon sollte ich favorisieren? Natürlich wieder Panzerung und die Kanone. Das gibt nochmal Traglast, die scalt mit Traglast. Also die solltet ihr auf jeden Fall auf plus 10 so schnell wie möglich machen, damit ihr noch mehr Traglast genießt. Habt ihr jetzt schon 20.900 Traglast. Die Falesdecks, die ihr für die blaue Karavell-Items gebraucht habt, die werdet ihr auch hierfür brauchen. Und wenn nicht sogar nochmal irgendwie so 10%, 20% on the top. Also wenn ihr irgendwie 20 Falesdecks gebraucht habt, braucht ihr dann so irgendwie 25, 24, 23 oder wenn ihr 60 gebraucht habt, braucht ihr dann so 70 oder 75 für die eine Stufe. Die Liste könnt ihr halt so Pi mal Daumen hinnehmen. Die Items, die ihr benötigt, um das Green Gear von der Karake zu upgraden, werden zum Teil von denselben Steinen gebaut, aber die kannst du halt nicht mehr nutzen. Und zwar brauchst du hier einmal von der Stufe 1 bis 5 Sonnen-Schwarz-Stein. Da baust du die zusammen mit 10 von den feurigen, die 10 Coins kosten und 1 von so den Sternenlichtkristallen, die 100 kosten. Das Ganze findest du auch bei der Insel-Lehmer-Tante. Du hast richtig gerechnet, also von plus 1 bis plus 5 kostet ein Klick 200 Sea-Coins, Pro-Coins, Wacker-Coins. 100 plus 10 mal 10 sind nochmal 100, 200. Das heißt, hier solltest du wirklich weniger mit den Falesdecks sparen und einfach mal Gibi machen. Das Schöne ist aber wiederum, dadurch, dass das hier ein Green-Item ist, kriegst du beim Reparieren mit Memfrax 5 Haltbarkeit zurück, mit einem Artisan dann halt mal 5, also 25. Also 4 Artisans plus 4 Memfrax sind halt volle Haltbarkeit wieder, ne? Aber trotzdem, allein wegen den Sea-Coins würde ich halt hier nicht geizen mit den Falesdecks. Von plus 6 auf plus 10 brauchst du dann Mondschwarzsteine und die baust du halt mit 10 von den Frostigen und wieder ein Sternlichtkristall zusammen. Einfach erhitzen zusammen, dafür brauchst du auch nur Anfänger 1, also geht halt easy, einfach L drücken, erhitzen, fertig. Und du hast richtig gerechnet, da ein Frostiger 20 kostet und du 10 brauchst, sind das 200 plus 100, also da kostet sogar ein Klick 300 Crow-Coins. Und deswegen halt nochmal die 10.000 extra Crow-Coins, 40.000 für Base, plus 10.000 Pi mal Daumen, je nach RNG, je nach Fade-Stack-Lage, wie du hast, für die Items. Die Fade-Stacks, dafür kannst du halt, wie gesagt, auch von diesem Sheet entnehmen. Kannst nochmal eine Schippe draufrechnen, so 5 Stacks, 10 Stacks nochmal oben drauf, also geiz halt nicht rum. Wenn ihr dann irgendwann auch soweit seid und wenn ihr auch Herr oder Herren einer Karacke seid, mit dem Green Gear auf plus 10, hoffentlich zum Flexen, kommt in meinen Stream, schickt mir ein Screenshot davon, ich bin stolz auf euch, dass ihr durch diesen Weg gegangen seid und dann können wir hier mal so zusammen durch die Welten von Black Desert Online segeln. Nun gibt es auch für die Karacke Blue Gear, Leute, das habe ich noch nicht erwähnt, was man auf Basis der plus 10 Green Gear Items baut. Solltet ihr Interesse haben, diesen Weg zu gehen, dann verpisst euch! Kein Mensch, kein Mensch wird jemals plus 10 Blue Gear Full haben und wenn doch, dann habt ihr auf jeden Fall einfach nur eine große Leidenschaft für C-Content, weil das der Aufwand, die Kosten, es sind einfach nur zu krank, also es ist wirklich unbeschreiblich teuer und unbeschreiblich aufwendig, die Scheiße zu bauen auf Blue Gear. Solltet ihr euch dafür interessieren, könnt ihr gerne meinen Stream aufsuchen und ich kann euch an die richtigen Leute weiterleiten, die sich damit inzwischen schon auseinandersetzen. Hat euch nun dieser Guide gefallen und es gefällt euch, wie mein Magier euch anstarrt in dieser sexy Position mit diesem sexy Outfit und der Wolfsnase, dann lasst auf gar keinen Fall ein Follow da auf meinem Kanal. Ist kostenlos, liken, kommentieren und Glocke aktivieren nicht erwünscht. Wer es doch macht, ist ein Ehrenmensch und ich küsse sein Herz. Bei sonstigen Fragen, Leute, könnt ihr immer gerne meinen Twitch-Stream abchecken, meinen Discord abchecken, alle Links unten in der Beschreibung. Kuss geht raus. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Guide. Und Outro! Du neg! Du neg! Du neg! Du neg! Du neg! Ha 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 ha! precedente Musik plays American Automation